Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und zur Abwechslung, das haben wir lange, 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 lange nicht gemacht. Nicht wie Christoph die Heizung an, denn da ist es gerade richtig kalt in Barcelona, denn wir haben lange kein Lagerfeuer mehr angemacht, Christoph. Und bei deinen Wintertemperaturen, bei denen du gerade in Barcelona frönst, während hier Deutschland quasi gerade bei frühsommerlichen Temperaturen die Sonnencreme des letzten Jahres noch aufbraucht, sitzt du da und machst jetzt für uns heute das Lagerfeuer an. Schmeiß und scheit auf, Christoph. Herzlich willkommen heute hier mal wieder bei einem Lagerfeuer. Und das passt sich gut, dass wir hier gerade übers Heizen sprechen, denn es ist auch Earth Hour today. Ja, also heute Abend geht über das Licht aus. Ja, das Licht geht auf, das machen wir aber gleich, denn du sagst es Lagerfeuer, ja, ich glaube, ich kann es so, ich habe es so nötig wie noch nie. Und ja, wenn man Adrian hier im Podcast kennt, ein bisschen gemein, ein bisschen mich ärgern, das ist er ja in echt auch. Also wenn er mich anruft und sieht, ich sitze da im dicken Pullover, dicke Jacke, das nutzt er komischerweise immer aus, um mir nochmal mitzugeben. Also ich kann aber schon mal sagen, die Sonne kommt irgendwann wieder und bei dir wird irgendwann der Regen, mittlerweile Schnee. Ich kann ja auch mal gerne im April nochmal schneien bei dir, Adrian. Die Rache des Pharaos, die wird grausam werden. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Du springst hier die Rache des Pharaos, da komme ich gleich nochmal zu. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich telefoniere ungefähr, naja, zwei, dreimal die Woche mit Christoph irgendwie im Videocall, weil wir irgendwas abstimmen müssen, rund ums normale Leben oder rund um den Podcast oder rund um irgendeinen ganz anderen Quatsch. Aber normalerweise in 52 Wochen des Jahres habe ich zwei Wochen die Chance, wo das Wetter bei mir besser ist als bei Christoph. Und 50 Mal grinst dieser junge dynamische Podcaster aus Barcelona mich von einer Dachterrasse irgendwo aus an, wo er in der Sonne sitzt, einen Kaffee vor sich hat, während ich in Hamburg gucke, dass es nicht reinregnet durchs Dach und macht Hits über mich. Aber diese zwei Wochen, die wir jetzt gerade haben, da muss man auch gegenhalten. Da muss man auch mal seine Trümpfe ausspielen. Und nichts anderes habe ich die letzten Tage gemacht, Christoph. Vor allem in Barcelona und hier auf der iberischen Halbinsel ist es ungelogen, wir schreiben heute den 25. März, es ist ungelogen seit vier Wochen grau und regnerisch. Ich glaube, ich bin jetzt zehn Jahre in Barcelona, ja neun, ein bisschen mehr, aber sowas hatten wir noch nie, also wirklich noch nie. Es ist grau, es ist furchtbar schlimm und vor allem, was die ganze Sache noch viel schlimmer macht, Adrian. Ich komme ja quasi aus Brasilien, ich war ja in Brasilien, das haben wir ja schon mal eine Folge aufgenommen, direkt aus Sao Paulo. Aber da war wunderbar, ja, 30 Grad, Sonnenschein, da war nur das Bier kalt. Also von daher habe ich so ein wenig die Probleme, die sich hier verdoppeln. Ich bin einfach vielleicht ein bisschen wetterfühlig in diesem Sinne. Das kann ich mir schon gut vorstellen, aber Christoph, ich sage mal, das, was du beschreibst, ist ja der klassische Berliner Winter. Ja, ich wohne ja, ich wohne ja, ich wohne ja, der Berliner Sommer. Nein, 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 Moment, 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 also man kann ja viel gegen Berlin sagen, ja, und muss man vielleicht auch, aber nicht, dass der Sommer schlecht ist. Also ich habe ja jetzt das Glück gehabt, mal ein Jahr lang sowohl in Berlin als auch in Hamburg Hälfte, Hälfte zu wohnen. Und ich kann dir mal so sagen, also ich glaube, es gibt wenig Städte in Europa, wo der Winter, sorry, wo der Sommer so wunderschön ist wie in Berlin. Aber weil Petrus natürlich auch immer die Balance im Sinn hat, hat er dafür den Winter in Berlin wirklich zu einer wirklich fatalen Angelegenheit gemacht. Denn das ist genau das, was du vor wenigen Minuten gerade hier beschrieben hast. Es ist sehr, sehr grau, es ist sehr, sehr dunkel und es ist so ein bisschen trist. Und wenn du dann auch so eine Prise Corona darüber streust, dann ist diese Stadt im Winter einfach mal echt ein hartes Brett. Das muss man ganz ehrlich sagen, aber du merkst das jetzt bei den ersten schönen Tagen dieses Jahr. Das wird zu dieser zauberhaften Sommerstadt und dann, wie gesagt, die Kinderlein kommen nach Berlin. Das ist wirklich unheimlich toll. Die Gastronomie ist offen, alle Leute sind draußen, verbringen tolle Zeit miteinander, überall gibt es Kultur zu entdecken. Das kann schon richtig, richtig was. Von daher wechselwarm. Hamburg ist ganz sehr über gut, ja, aber nicht so. Ich freue mich schon wieder im November auf das Auswärtsspiel unseres Hannoverischen Sportvereins. Jetzt bei Hertha BSC in der nächsten Saison wahrscheinlich in der zweiten Liga. Das ist wirklich, also Berlin im Winter ist echt kein Spaß. Aber ja, das mit dem Sommer unterschreibe ich gerne am Kanal entlang, fahren, entlang rudern, wie es alle machen. Da gebe ich dir tatsächlich recht. Ich will nochmal einen kleinen Punkt aus Brasilien erzählen tatsächlich noch. Und zwar war ich ja in Brasilien noch ein bisschen im Norden. Und da gibt es Salvador do Bahia. Du wirst es vielleicht kennen oder schon mal gehört haben. Da gibt es eine ganz berühmte Kirche. Und vor dieser Kirche kann man sich Armbänder kaufen. So, wenn man jetzt Brasilienurlauber seht, vielleicht ihr auch im Freundeskreis irgendwo. Die haben immer so ein buntes Band, rot, gelb, grün an der Hand. Denn dieses Band wird geknotet dreimal. Und für jeden Knoten darf man sich was wünschen. Soweit so gut und verständlich. Was hast du dir denn gewünscht? Ja, Moment, das darf ich ja jetzt hier nicht vor vielen tausend Leuten verraten. Aber sobald dieses Band abfällt, gehen die Wünsche in Erfüllung. Und ich möchte jetzt live berichten, dass mein Band abgefallen ist. So, kannst du dir vorstellen jetzt, dass dieses Jahr kann ja nur besser werden tatsächlich, oder? Ja, ich drücke dir die Daumen, Christoph. Gerade für diesen Kulturschock, den du ja vorhin beschrieben hast. Brasilien, Barcelona im tristen Grau. Wer wünscht dir was, sag ich mal, als tote Hosen-Hörer? Wünscht dir was? Jetzt kommt die Zeit, wo das Wünschen wieder hilft. Also von daher, möglicherweise hat das was mit der WM im Winter zu tun. Da werden wir nochmal schauen, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen. Aber dazu zu gegebener Zeit wahrscheinlich mehr. Denkt aber schon mal dran. Hamburg-Berlin übrigens nochmal eine ganz lustige Story. Ich war hier letztens im Wald. Ich gehe jeden Morgen wieder hier im Wald nochmal eine Runde laufen und so weiter. Sport machen, bewege mich, Christoph, unterscheidet uns beide natürlich exorbitant. Ich stehe früh auf, mache viel Sport. Sieht man nicht. Aber, aber. Immer wieder. Immer wieder. Aber pass auf, was mir aufgefallen ist. Ich war jetzt diese Woche mal abends laufen. Und da sehe ich so drei Gestalten, die sich so in den Wald reingeschlichen haben und dann da irgendwo in die Ecke sich versteckt haben im Wald, um zu kiffen. Also es waren so Leute, die waren so, ich würde tiffen, die waren so Ende 20. Und die haben sich so richtig, richtig versteckt, um da irgendwo in der Ecke zu kiffen. Und ich hatte ja gerade gesagt, so in Berlin, ganz ehrlich, der Busfahrer, der kifft einfach beim Niederverkehr. Das ist ja ganz normal. Das ist der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist Hamburg hier. Da verstecken sich die Leute noch im Wald, um einen heimlichen Joint irgendwie zu rauchen. Naja, war für mich ein kleiner Unterschied, den man dort gemerkt hat, was so die beiden Städte halt auch irgendwo, ja, vielleicht ausmacht. Letzter Punkt zu Brasilien, um wieder ein bisschen in die Wärme zu gehen. Auch natürlich beim Fußball war ich da, bei einem großen Derby in Rio de Janeiro. Wenn er mal was lesen möchte, gerne empfehle ich hier mal die neue Elf-Freunde-Ausgabe. Denn da gibt es von Welttournee einen kleinen Bericht zu einem Fußball-Derby in Rio de Janeiro. Stadion voll, Menschen voll, da war Corona wieder vorbei. Also jemand, der gerade nach Brasilien möchte oder hinfährt, da ist wieder alles normal, mehr oder weniger. Tja, da ist auf jeden Fall noch was zu holen jetzt gerade. Und ein kleines Update, du hast ja vorhin auch den Fluch des Pharao schon mal erwähnt. Christoph und ich waren vor, ja, jetzt sind wir mittlerweile zehn Tagen ja zusammen in Ägypten unter anderem. Und es hat mich nach zwei Jahren tatsächlich final erwischt. Ich habe jetzt bis vorgestern Corona gehabt. Das ist, ja, ist auch... Der Fluch des Pharaos. Das war der Fluch des Pharaos. Also ich habe echt alles dafür getan, es nicht zu bekommen. Nicht nur dort, sondern sonst immer. Aber naja, aber ich bin wieder auf dem Damm. Alles gut, alles fit. Ich war schon wieder Rennrad fahren, Christoph, weil, habe ich ja gesagt, sportlich und so weiter, dies, das. Ja, lief. Aber drei Impfungen, drei Impfungen und Omikron, das ging dann jetzt schon. Und ich habe aber auch einige Kolleginnen und Kollegen gehört, die das ein bisschen härter getroffen hat. Von daher, ja, ich empfehle es keinem trotzdem, es zu kriegen. Aber jetzt ganz doof, nach zwei Jahren doch noch dran gewesen. Naja, und das, vor allem, ich will jetzt nicht spoilern für die Ägypten-Folge, aber wir waren natürlich auch in Kairo, in Gize, in den Pyramiden. Und also, es ist schon eng in diese Pyramide, wenn man durch so kleine Gänge klettern muss, da zur Grabkammer. Ja, gut, viele Leute haben die Maskenpflicht nicht mehr so. Ich glaube, wir waren fast die Einzigen mit Maske danach tatsächlich. Aber wir haben dann irgendwann nach der Hälfte gesagt, Jungs, Mädels, das lassen wir mal schön bleiben, hier gehen wir wieder raus. Also, es ist schon eine andere Welt da unten auch, gerade weil wir wahrscheinlich die Einzigen waren, die noch eine Maske aufhatte. Aber Fluch der Svaraos vielleicht sogar in der Pyramide von Gize, wie er schon mal da war. Ihr kennt diesen ganz kleinen Gang, wo man so, wo die normalen Leute sich bücken müssen. Adern kann ja aufrecht durchgehen. Ich habe Hochsprung-Training da drin gemacht, Christoph, genau. Also, das ist andere Länder, andere Masken, sage ich ja immer. Genau, und falls der Eindruck hier aufgekommen sein sollte, dass nur ich schieße, das war Christoph Streicher in Attacke-Modus. Vielen, vielen Dank, Christoph. Naja, ich habe ansonsten, ich habe noch gesammelt, ich habe mir lange kein Lagerfeuer gemacht. Und ich habe mir immer so Sachen aufgeschrieben. Ich habe hier noch zwei ganz wichtige Hotel-Tipps. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, das hast du noch nicht gehört. Also, erst mal, ich würde gerne den Hotel-Qualitätsindex einführen. Und zwar würde ich den an einer Messgröße festmachen. Und das ist Geruch des Föhns. Oh. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich kann, es kommen Hunde- und Katzenhaare, kommen so ein bisschen mal hin. Ja, 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 genau. Es gibt Hotels, da machst du den Föhn an und denkst so, wow, wow, wow. Ja? Und es gibt so Hotels, wo denkst du, okay, cool, das riecht gut und der ist noch relativ frisch und soll überhaupt neu. Das, das, nehmt da gerne mal Stellung zu. Also, ich finde, das sollte eigentlich so ein Kriterium sein. Das sollten sie auf Booking und Hotels.com und wie sie alle heißen mal einführen. Wie riechen die? Welchen Föhn findest du denn besser eigentlich? Also jemanden, der Föhn, der in so einer Wandhalterung direkt reingebaut ist, immer so rausnehmen muss? Oder einen Föhn, der dann einfach im Zimmer, der so einen Free-Flow-Föhn, nenne ich ihn mal, der so rumliegt? Jetzt machst du ja die Büchse der Pantor auf. Ich bin ja so jemand, ich muss ja meine Frisur nicht unbedingt föhnen, aber mit einem Föhn kann ich mir die Haare schneller machen. So, von daher, es ist nicht neat, aber ich sag mal so, es gibt ja gerade in englischen Hotels ganz häufig ist es so, dass der Föhn im Badezimmer gar nicht geht. Das heißt, die haben im Badezimmer nur so eine Rasierer-Steckdose, weil wahrscheinlich zu viele Leute da irgendwie sich föhnen und dann den Föhn nochmal in die Badewanne zum Partner der Partnerin schmeißen und das nicht gewollt ist in den Hotels. Das ist übrigens eine Sache, ja, wie gesagt, das finde ich doof, weil da musst du dich halt woanders als am Waschbecken die Haare föhnen, das ist doof. Ansonsten finde ich es auch doof, wenn die Föhns so gut versteckt sind, ja, auch ehrlicherweise. Du hast es in Ägypten gehabt, du hast ja gesucht, Viertelstunde gesucht. Stimmt, ja, und keinen gefunden. Keinen gefunden, ja, das ist doof. Daher so ein Eingebauter, der sagt einem eigentlich relativ schnell, here I am und dann Attacke. Von daher finde ich jetzt nichts falsch dran persönlich, die sind qualitativ natürlich meistens nicht die allerbesten, aber von daher, da würde ich sagen, eingebauter Föhn ist gut, da weiß man, woran man ist, da kann man nicht viel mit falsch machen und ja, die anderen Sachen, ja, so ein bisschen gemischt. Here I am Föhn, you're like a hurricane. Das ist nochmal der alte Hit einer großen hannoverschen Band, da wollen wir mal schauen. Wie ihr seht schon, wir haben in letzter Zeit wieder relativ viele Reisegeschichten mitzubringen, das machen wir aber irgendwann mal. Ich kann schon mal ein bisschen anteasern, wir waren in Istanbul, wir waren auf Zypern, wir waren, wie gesagt, in Ägypten. Heute jedoch, wenn ihr mal auf den Kalender guckt und vielleicht auch schon heute in den Nachrichten gehört habt, ist heute die Earth Hour. So, es hat Earth Hour, unser Englisch ist Under All Pick, unter aller Sau. Es geht um diese eine Stunde, die heute Abend... Bei dir müsste das hingen, klar. Lieber Herr Gesangsverein, ja. Die heute Abend um 20.30 Uhr geht nämlich das Licht aus, tatsächlich. Genau, und das ist ein Zeichen, das ist ursprünglich mal von der Umweltorganisation WWF, ja, in Gang gesetzt worden, als Zeichen dafür, entsprechend CO2, Energie und so weiter einzusparen. Und so werden unter anderem in Deutschland, allein in 600 Städten und Gemeinden, heute Abend 20.30 Uhr die Lichter ausgehen. Und den Anfang, Christoph, macht übrigens Samoa, ja. Denn natürlich 20.30 Uhr ist zuerst da, wo die Sonne sonst aufgeht, tief im Osten, wie Herbert Grönemeyer zu sehen. Das kenne ich immer noch von der großen ZDF-Sylvester-Show. Wenn dann übertragen wird, dass Samoa schon als Erster irgendwo das neue Jahr begrüßen, begrüßen die jetzt also auch als erstes die Earth Hour und zum Schluss, was ist da hinten irgendwo, Französisch-Polynesien oder was ist das Ende dann da ganz im Westen? Die machen dann also auch mit. Also es geht einmal ringsrum um die Welt, könnt ihr auch gerne mitmachen. Also wenn ihr es tagesaktuell hört, macht einfach mal heute Abend 20.30 Uhr das Licht aus. Wundert euch nicht, wenn ihr irgendwo in der Großstadt wohnt, ich sage jetzt mal Berlin, wenn das Brandenburger Tor irgendwie nicht mehr angestrahlt wird oder ihr den Alex, den Fernsehturm nicht mehr seht. Die machen dann auch mit. Mit Axel, auch hier in Barcelona, machen auch viele, viele große, kleine, mittlere Gebäude mit. Das ist also eine ganz gute Aktion eigentlich und zumindest mal ein wenig aufmerksam machen, um den Klimawandel ja nicht zu stoppen, aber zumindest ein bisschen bewusster zu werden. Das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang tatsächlich. Exakt und ich meine, wir haben natürlich wilde Zeiten und wir haben viele Themen der Ukraine-Konflikt, den wir heute, wir nehmen ja am 25. März auf, immer noch haben. Wir haben viele, viele andere Themen, die natürlich auch drücken, die auch politisch drücken. Aber ich glaube, dass immer noch der Klimawandel die größte Gefahr, die größte Bedrohung der gesamten Menschheit in den nächsten Jahrzehnten sein wird, die wir insbesondere auch als Generation für die Erde zu managen haben. Von daher könnte so ein Tag gar nicht wichtiger sein, auch in so wilden Zeiten wie jetzt, wo vermeintlich auch medial natürlich andere Themen auch nicht ganz zu Unrecht überwiegen. Aber trotz dessen, ja, es ist für uns mittelfristig, gibt es keine Alternative dazu, dieses Thema zu lösen. Und wir haben es alle mit in der Hand und wir haben, das sehen wir jetzt auch gerade, ja, auch mit in der Hand, dieses Thema immer wieder nach oben zu bringen und immer wieder auf die Agenda zu setzen. Und dementsprechend, Christoph, haben wir beide uns heute überlegt, ganz positiv, um jetzt gar nicht zu sehr ins Bedröppelte abzurutschen. Ja, lass uns doch mal die klimafreundlichsten Städte Europas raussuchen und die an der Stelle hier einfach mal ganz kurz vorstellen, weil es dann vielleicht natürlich auch nachhaltige Klimaziele sind, die man damit unterstützen kann, nachhaltige Reiseziele sind, die man klimafreundlich unterstützen kann, wenn man eben dorthin fährt, weil diese Städte eben vieles, vieles tun, was sie besonders heraushebt, als eben ziemlich gut in der CO2-Bilanz. Genau, Thema verreisen, also ein bisschen verbleiben, natürlich gerne Urlaub vor der Haustür, haben wir ja oft erzählt in den letzten Jahren, aber auch die Städte, die ihr jetzt aufgezählt bekommt, beziehungsweise Regionen, die kümmern sich ganz besonders nochmal mit dem Gewissen extra, mit der Extrameile nochmal und ich glaube, das Erste, wir haben vorher im Vorfeld mal überlegt, wo wir schon überall waren zusammen, was uns aufgefallen ist, die Erste Stadt liegt im Norden, relativ nah bei dir und ich glaube, du hast ja schon oft gesagt in den Folgen im Lagerfeuer und wo auch immer, dass du da von dieser ganzen Stadt ganz begeistert bist, weil es gibt unendlich viele Fahrradwege, es ist wirklich umweltfreundlich und ich rede von Kopenhagen in Dänemark. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsstädte und wenn wir über CO2-Neutralität reden, dann geht es natürlich in der gesamten Breite nicht unbedingt immer nur um das Thema Verbrauch von fossilen Brennstoffen, eben dadurch, dass man so eine Stadt hat wie Kopenhagen, die sehr viele Fahrradwege hat. Es geht aber auch immer darum, wie wird der vorhandene Raum genutzt, sodass natürlich auch verschiedene Einkommensklassen ihren Platz gesellschaftlich in so einer Stadt finden können und aber auch sowas wie Bodenversiegelung und so weiter und so fort, was alles eine Rolle spielt dafür, wie klimafreundlich, wie planetenfreundlich so eine Stadt ist und Dänemark hat da mit Kopenhagen das absolute Aushängeschild, denn ja, Kopenhagen ist beim Thema Müll, ja beim Thema Müllverbrennung und so weiter schon viel, viel, viel weiter als viele andere Städte. Fahrrad Christoph, du hast es angesprochen, ja das ist definitiv eine Top-Möglichkeit und für alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, Kopenhagen, aber auch viele andere dänische Ziele natürlich auch super mit der Bahn zu erreichen. Das heißt, es ist ein klassisches Ziel, gerade für deutsche Touristinnen und Touristen, wo man wirklich mit einer ganz, ganz starken CO2-Bilanz, in dem Sinne ganz stark meine ich ganz positiven CO2-Bilanz, hinreisen kann, eine fantastische Zeit hat und dann auch irgendwie an einem guten Tag mal, ja, Christoph in Christiania suchen kann, wenn er da verschollen ist. Verscheuend für alle Zeiten. Wo ist er hin? Man weiß es nicht, wo er war. Man erinnert sich an deine drei Leute, die sich versteckt haben zum Kiffen, das brauchst du in Christiania. Aber gar kein Problem, das ist der Busfahrer. Ich bin ja so ein bisschen der Hands-on-Typ, deshalb, wenn ihr nach Kopenhagen fahrt, Richtung Nachhaltigkeit. Kopenhill gibt es noch, das ist eine, ja, was ist das, eine künstliche Skipiste auf einer alten Müllverbrennungsanlage oder einer aktuellen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ebenfalls, wie Adrian gerade schon sagte, geht das wunderbar mit dem Fahrrad. Und ich habe ganz persönlich noch einen kleinen App-Tipp, den ich auch hier in Barcelona nutzen kann. Die App heißt Too Good To Go. Das ist einfach eine App, in der können Restaurants, hier sind es Bäckereien noch, ja, kleine Snackläden eintragen, wenn sie Essen überhaben, was sie eigentlich wegschmeißen würden. Und man kann dann abends so, ja, ab 20 Uhr immer verschieden, 22 Uhr, da hingehen und das zum ganz, ganz günstigen Preis bekommen. Dann kosten die Empanadas, die sonst hier drei Euro kosten, ja, nur noch ein Euro mehr oder weniger. Also wirklich viel, viel günstiger. Und diese App wurde in Kopenhagen erfunden, tatsächlich. Deshalb komme ich jetzt auf Kopenhagen und die App Too Good To Go. Ich bin ja total überrascht, Christoph, dass du die App kennst. Denn, kleiner, kleiner Hinweis hier an der Stelle, Christoph, und danke für die Vorlage. Kommt unerwartet, aber nehme ich. Ich arbeite ja bei BrewDog. BrewDog ist die einzige und erste CO2-negative Brauerei der Welt. Und mit unserem Gastronomieobjekt in Berlin, mit dem größten, das wir in Deutschland haben, mit dem DogTab, sind wir auch bei Too Good To Go gelistet. Das heißt, auch da abends alles, was an Speisen überbleibt, aber auch MAD-bedrohte Biere und so weiter und so fort, kann man dort über die App Too Good To Go entsprechend für einen sehr, sehr angenehmen Preis sich abholen. Und damit natürlich auch nochmal richtig, ja, Geld sparen, aber auch noch was Gutes tun, denn Lebensmittelverschwendung ist einer der größten Treiber, ja, des Klimawandels mit. Und von daher an der Stelle, Christoph, ja, kann ich nur höchstgradig es empfehlen. Ich wusste nicht, dass die aus Kopenhagen kommen. Ich hätte gedacht, dass es irgendwo anders wäre, aber gut to know about Too Good To Go. Oi, oi, oi. Adrian, alter Magetier, meine Güte, herrlich. Lass uns nochmal ein bisschen im Norden bleiben, und zwar noch ein bisschen nördlicher geht's, und zwar nach Island. Reykjavik ist die ganz bekannte Hauptstadt, wunderbar zum Bereisen, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit. Denn, wenn wir sagen, du hast gerade gesagt, der Sommer in Berlin ist so schön und der Winter so kalt, in Reykjavik, ja, das Klima ist immer irgendwie 15 Grad, mehr oder weniger, auch im Sommer. Also, das Thema Heizung ist da schon relativ groß. Man muss gucken, wie kriegt man seine Bude warm, wie behält man die warm. Und die lieben Inselbewohner und Inselbewohnerinnen nutzen die zahlreichen Vulkane, die sie da haben, und machen das Wasser damit warm. Also, ganz schlau gemacht, mit Erdwärme, Vulkanwärme wird das Wasser da schön warm gemacht, und so würden die Häuser da beheizt, tatsächlich. Das ist also ein wunderbares Beispiel, wie man unsere wunderschöne Erde auch noch ein bisschen nutzen kann, umweltbewusst. Ich habe ja vorhin gesagt, bei dir ist es echt wahnsinnig kalt, ne, man sieht dir das ja an, also, dass deine Zähne nicht schlottern, ich hoffe, du kannst das alles rausschneiden. Also, der bibbert hier vor sich hin in Barcelona, das ist unglaublich, also, ich wünsche dir, ja, das könnten alle sehen. Hätten wir mal Vulkane hier. Wie sehr wünschst du dir gerade, ja, wie sehr wünschst du dir gerade so einen Geysir, der da bei dir irgendwie mal die Bude irgendwie über 11 Grad zieht? Oh, so eine Therme, jetzt geht richtig Bock auf eine Therme oder sowas jetzt. Naja, ich rieche nur nach Sonnencreme, und bitte nach Sonnencreme, da brauchst du, du verbrennst dich hier sofort in Hamburg, ne, das geht auch ratzfatz. Auch hier, alte tote Hosen, Zitat, es kommt die Zeit, in der, naja, die Rache und so weiter. Nein, das Wünschen, nein, das Wünschen wieder hilft, außer jetzt kommt Alex, naja, jedenfalls, Hamburg ist das Stichwort, Christoph, denn auch meine allseits beliebte, häufig kopierte, selten erreichte, ja, Wohnstadt Hamburg ist Teil dieses Rankings und ist Teil der Städte oder der Gruppe der Städte, die zu den nachhaltigsten in ganz Europa gehören. Ja, Hamburg hat ungefähr 14% Grün- und Erholungsflächen und möchte bis 2050, ähm, ja, den CO2-Ausstoß um 80% reduzieren. Ja, und auch bei uns hier in Hamburg ist das Thema Mobilität da ganz, ganz weit vorne, wobei man ehrlicherweise sagen muss, also wir sind jetzt noch nicht so weit wie so Städte wie Paris, die jetzt innerstädtisch überall 30 kmh eingeführt werden, äh, haben, aber wir merken es jetzt hier schon, sowas wie am Jungfernstieg, wo früher halt wirklich echt die Poser-Meile waren, das jetzt, äh, autofrei ist, also immer mehr Strecken werden hier auch wirklich, äh, ja, umgewandelt. Wir haben die A7, die jetzt in den Tunnel kommt, die sieht und hört man gar nicht mehr, obendrauf kommt ein Park, da wachsen plötzlich zwei ganze Stadtteile zusammen, die früher durch halt eine, eine A7 getrennt worden sind oder getrennt waren. Und auch ansonsten, was so das Thema Fahrradwege angeht, ich hatte vorhin eingangs ja erwähnt, Berlin, Hamburg, ich kann das gut vergleichen. Also ich sag mal so, also Hamburg ist bei weitem noch nicht Kopenhagen, aber im Vergleich zu Berlin ist Hamburg hier schon auf Wolke 7 durch die Straßen getragen werden, was Fahrrad angeht. Während in Berlin halt eher so, hier, wie hieß das früher, nicht ProSieben, Warriors, wie hieß denn das, nicht Takeshi's Castle, wie hieß denn das? Wo man da, wo man da immer, wo am Ende nur einer gewinnen konnte. Takeshi's Castle, ja. Wie war das, glaube ich, fünf Leute waren auf dem Mond, nur drei haben Takeshi's Castle gewonnen oder so, irgendwie gibt's das nicht. Ja, genau, genau, das habe ich dir erzählt, ja. Die Zahlen sind nicht ganz richtig, aber irgendwie so, ja, es waren mehr Leute auf dem Mond, als die Takeshi's Castle gewonnen haben, das ist tatsächlich so. Wir werden uns mal bewerben, das machen wir in der Japan-Folge, machen wir das mal, wo du gerade sagst, Hamburg, Mobilität, Verkehrswende, auch Barcelona, natürlich eine der absoluten super Ferien- und Urlaubstädte. Wenn ihr schon mal da wart, wisst ihr es und kennt ihr es, die Stadt ist in Blöcken aufgeteilt, also riesengroße Wohnhäuser, die ja in immer gleichen Vierteln aufgebaut sind. Und auch hier sagt die Stadt jetzt irgendwann, wir machen das dicht, das nennt sich Superblocks und es werden einfach, diese Blöcke werden gesperrt. Es dürfen nur noch E-Busse und Fahrradfahrer und logischerweise Fußgänger durchgehen, aber das ist so ein bisschen die Idee der Stadtverwaltung hier. Superblocks Barcelona, googelt da mal, ich glaube der Spiegel oder die Zeit haben da einen schönen Bericht drüber geschrieben, wie diese Millionenstadt mit den vielen, vielen, ja, hunderttausenden Autos hier versucht, dieses Chaos ein bisschen zu bändigen. Und wenn ich bei mir auf die Wetter-App gucke, Barcelona, erstmal schlechtes Wetter und es steht auch immer schlechte Luft da. Also von daher vielleicht ein kleiner Ausweg, ich will dir nicht sagen, dass es nachhaltig ist und besonders vorbildlich, aber zumindest ein Versuch, dieses Chaos hier etwas zu bändigen. Das ist wohl wahr, Christoph, aber ich sag mal, unter den Städten, die ich immer mit dir direkt verbinde, ist Barcelona nicht diejenige, die in diesem Ranking besonders weit oben auftaucht. Dafür aber die Stadt, in der wir dich eigentlich alle mal vermutet hatten, dass du da bleibst, Lissabon. Lissabon ist da ganz weit oben, ja, sowohl Nahverkehr, das kennst du besser als jeder andere. Also wenn du in Lissabon halt den ÖPNV nutzen möchtest, der sieht nicht nur gut aus, das sind mir die schönsten Straßenbahnen der Welt, würde ich mal ganz, ganz stark behaupten. Ja, auch autofreie Zonen, ja, und auch was Fahrradwege angeht, ganz weit vorne und wir haben das auch schon mal gemacht, also jetzt, wenn man aus Lissabon raus will, aber auch in der Stadt selber. Ja, es sind viele Berge, da lohnt sich ein E-Bike, ja, also Lissabon hoch und runter, herzlichen Glückwunsch, da ist das E-Bike für erfunden worden. Aber alles geht mit dem Fahrrad prima, es ist immer mehr, oder es war eigentlich nie eine Autostadt. Das ist so eine Sache, die einem eigentlich gleich auffällt, wenn man aus Deutschland kommt, wo ja eigentlich alles immer darauf aus ist, dass da zwei LKWs ineinander vorbeikommen. So Lissabon, die halbe Stadt, Einbahnstraßen, also die ganze Stadt, Einbahnstraßen, also wieder rauszukommen, ist ja wirklich ein Wunder, ist wie so ein Maislabyrinth. Und die Straßen so eng, dass es echt keinen Spaß macht, Auto zu fahren, oder? Das ist geborene Fahrradfahrerstadt. Und du hast ja schon mal ein bisschen erzählt hier, mit deinem E-Auto Ladesäule zu finden, ja, nicht immer ganz einfach. Lissabon, weiß ich aus unseren letzten Besuchen, da kommen immer mehr an allen Ecken und Enden, wo früher Telefonzellen standen, sag ich mal, stehen jetzt Ladesäulen tatsächlich. Also das machen die schon gut, ein super Service, sowohl für Autos, aber auch für E-Roller, die es da gibt, ebenfalls eine wunderbare Stadt. Und sie waren, glaube ich, ich habe eben mal geguckt bei Google, sie waren, wo habe ich es aufgeschrieben, jetzt ist es weg hier, Lissabon war 2020 Europas Umwelthauptstadt. Tja, touristisch leider schwer zu erkunden gewesen, 2020, da war irgendwas. Aber das habe ich vergessen, bei Hamburg zu sagen übrigens, Christoph, was das Coole an Hamburg ist, und du hast es ja gerade gespoilert, ich habe ein E-Auto. Und ich kann hier in Hamburg mit meinem E-Auto, kann ich überall umsonst parken. Also da, wo man normalerweise einen Parkschein bräuchte, darf ich immer die Maximalparkdauer mit einem E-Auto kostenfrei parken. Und das ist hier natürlich ein Gamechanger, weil ich war letztens beim Fußballspiel von, du hast es auch anfangs gesagt heute, Christoph, du hast alles vorweggenommen. Hannover 96, hier gegen St. Paroli, da war 3-0 gewonnen übrigens, ja. Ja, eine der wenigen Lichtblicke dieses Jahr, aber ich konnte mit dem Auto, es hat geregnet wie ein Ström, darum bin ich Auto gefahren, mit dem E-Auto direkt vorm Stadion parken. Also ich bin 8 Meter vorm Eingang geparkt, weil normalerweise will das kein Mensch bezahlen, da irgendwie 14 Euro die Stunde. Aber E-Auto, Hamburg, kannst du so machen. Ich erinnere bitte nochmal daran, dass Adrian gerade gesagt hat, er läuft zu viel, aber er fährt 8 Meter vorm Stadion, das müssen wir vielleicht... Ganz ehrlich, man kann dieses Spiel ja noch nachgucken, man guckt sich den Regen an, ungelogen. Ich würde normalerweise niemals doll ein Auto nehmen, aber das ging nicht. Da musste man aus Selbstschutzgründen, muss man im Auto fahren. Kleiner Lifehack, wenn ihr in Barcelona mal umsonst parken wollt, macht ihr einfach am Straßenrand Kofferraum auf und Warnblinkanlage an, dann ist das das Zeichen für umsonst parken in Barcelona. Für sie getestet. Und hinterher sitzen halt drei Leute im Auto und verstecken sich da wie in Hamburg im Wald sonst, ja. Alles möglich, aber umsonst parken. So, Blödsinn hier. Letzter Punkt auf der Liste, was wir uns vorhin ausgedacht haben, ist... Da auch mal Christoph, das ist kein Auto mehr. Naja, er hatte mal eins. Ich zahle da immer noch Steuern für. Nein. Letzter Punkt, ich weiß auch nicht, wo es ist, welchem Fluss es liegt. Es geht nach Slowenien und zwar in die wunderschöne Hauptstadt Jubijana. Das müsst ihr euch vielleicht mal für diesen Sommersong angucken. Eine wunderschöne Stadt, liegt ganz romantisch an einem Fluss, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber auch da stehen Fußgänger, zumindest im Stadtzentrum, immer noch im Mittelpunkt. Es gibt riesig schöne Brücken immer, die man spazieren kann. Und gerade, wenn wir ein bisschen über Sommer, Frühling, länger Hellsitz reden, setzt man sich da tatsächlich auf die Straße, auf die Brücke. Man trinkt sein Bier da, da seht ihr die ganzen Gruppen, die ihr Bier trinken. Also das, Fußgänger sind in Jubijana tatsächlich noch willkommen. Da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Gerade jetzt für den Sommer. Tolle, tolle Stadt. Unheimlich schöne Stadt, Christoph. Und da ich ja weiß, dass du so ein bisschen Wasserleger-Szeniker bist. Hast du gegoogelt? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Das ist die Ljubljanika. Das kann man sich relativ einfach, aber auch schwer merken. Heißt wie die Stadt quasi, aber ein weiblich. Also Jubijana und Ljubljanika haben irgendwann mal den Bund der Ehe geschlossen. Der eine hat Häuser gebaut, die andere die Stadt mit Wasser versorgt. Und so ist aus dieser Symbiose eine wunderschöne Stadt in Slowenien entstanden. Meine Güte, wir haben richtig was gelernt. Zumindest ich. Ich hoffe aber auch, dass ihr was gelernt habt. Denn ich sehe, die drei kommt schon vorne gleich wieder. 30 Minuten. Wir wollen euch ja auch nicht eure beiden Ohren abkauen. Eins reicht an dieser Stelle. Deshalb war das mal so eine kleine Übersicht über umweltfreundliche. Ich sage jetzt absichtlich nicht die umweltfreundlichsten, sondern umweltfreundliche Städte, die es gibt. Könnt ihr ja gerne mal beachten, wenn ihr auch wieder im Frühling jetzt so langsam in die Reiseplanung mit euren Freunden und Freundinnen startet. Das machen wir auch. So langsam geht es wieder los. Wir haben Bock, wieder ein bisschen unterwegs zu sein. Und ja, die Sonne scheint. Es ist schon lange hell. Das Bier draußen schmeckt. Von daher freue ich mich, dass wir auch dieses Jahr wieder unterwegs sind. Irgendwo vielleicht sogar in umweltfreundlicher Städte. Das ist wohl so, Christoph. Und da wir hier natürlich auch ein Lagerfeuer heute sind und das alles ungezwungen ist, formlos und wir über alles reden können, Christoph, habe ich für dich noch eine traurige Geschichte aus meinem Leben und eine glückliche Geschichte aus meinem Leben. Du sitzt ohne Hose da. Das ist immer gut. Das ist die traurige Geschichte. Nein. Nein, das nun wirklich nicht. Ich nehme ja hier heute auf den Bürgersteig auf. Nein. Die traurige Geschichte ist, Christoph, ich bin zum ersten Mal, habe ich den großen Anfängerfehler, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Hotels gemacht. Ich war vor ein paar Wochen in Glasgow im Hotel und beruflich und war dort, ziehe ins Hotel ein, hatte ein bisschen Zeitdruck, ziehe ein, packe meine, ihr kriegt ja immer diese Karten, die du da kriegst, die sind meistens in so einem kleinen Heftchen, ist eine Hotelkarte drin, habe die rausgenommen, in Portemonnaie gesteckt und das war ein Hotel ohne Rezeption, also ohne 24-Stunden-Rezeption. Und dann war ich abends draußen, hatte noch mit einem Kunden zwei Bier getrunken, hatte noch was gegessen und komme dann abends rein und wusste nicht mehr meine Zimmernummer. So, und auf dieser Karte steht das ja nicht drauf, ne? Also ich wusste, ich habe komplett, ich habe in dem Moment, wo ich diese Karte gekriegt habe, hochgegangen bin, ich habe nicht dran gedacht, mich damit auseinanderzusetzen, was ich, also ich wusste ehrlicherweise nicht mal mehr die Etage, also es war wirklich, ich war komplett verloren. Ich habe zum Glück dann nochmal so einen Notdienst erreicht, der hatte aber auch, konnte mir nicht helfen, weil er nicht an dem richtigen Computer saß, ja, der hatte mir nur gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, das war zum Glück ein Hotel mit vier Etagen, ja, also es war kein so ein elf- oder zwölf-Etagen-Komplex, Wahrscheinlichkeit hoch, dass die dritte Etage ist, weil das irgendwie an dem Tag die dritte Etage vollgemacht worden ist. Dann bin ich nachts irgendwie so um zwölf, so ganz leise, und habe an allen Zimmern die Karte durchgezogen. Schöne Grüße an alle, die ich da wach gemacht habe, aber ich habe am Ende tatsächlich die 313 gefunden, die Glücksnummer, wirklich. Sehr gut, wer jetzt Lust hat, kann sich gerne bei YouTube mal das Video über dieses unendliche Hotel, diese Zahlentheorie anschauen, gut, dass du nicht in diesem unendlichen Hotel gelandet bist, das wäre lustig geworden, glaube ich. Das Haus das Verrückte macht, aber das war die traurige Geschichte. Ach, das war die traurige, das war die traurige, das war die traurige, okay. Das war die traurige, ja, das war ganz ehrlich, an dem Abend, ich habe gedacht, mei, 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 was habe ich hier schon wieder falsch gemacht, also welches Karma habe ich mir zerschossen. Ähm, aber die gute Geschichte, ich habe heute Morgen im Wald, habe ich einen Dalmatiner gesehen, und das Herrchen hat den Dalmatiner gerufen, weiß wie der Dalmatiner hieß, Oreo, der hieß einfach Oreo. Ganz ehrlich, ich habe mir immer im Tod gelacht, ich fand das unheimlich lustig, dass dieser Dalmatiner einfach Oreo hieß. Schöne Grüße, wenn die oder der das hört vielleicht, ganz, ganz irgendwie umwege, hier in Hamburg, aber ein wunderbarer Name für einen Dalmatiner oder eine Dalmatiner-Rüden, wie heißt das denn? Hund. Ein Dalmatiner-Rüde oder eine Dalmatiner-Hüden, Hündin. Und sage niemandem, dass ich fünf Jahre in der Tierfutterindustrie gearbeitet habe. Mit dieser Information fäden wir diesen Podcast jetzt so ganz langsam aus, wir machen jetzt alles leiser. Komm, sag mir das, sag mir das, weißt du nicht gerade, du hast das zum ersten Mal gehört, sag nicht, dass das für dich jetzt hier irgendwie ganz schlimm war. Ja, es ist tatsächlich unterhaltsam, also, aber das Problem dabei ist, wir sind jetzt schon wirklich über die 30, es gibt Ärger mit unserem Speicherplatz. Ja, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Es ist Earth-Hour, es ist ein Tag, an dem man nachdenken darf und dann auch mal mit zwei etwas entspannteren Geschichten. Dieser Tag ist das, glaube ich, gar nicht so unhilfreich, mal was anderes zu hören, auch wenn die andere Sachen natürlich sehr, sehr belastend und dominant ist gerade. Und ja, auch wenn das jetzt hier alles ein bisschen lustig war, natürlich sind auch wir mit den Gedanken ganz, ganz weit oft in einem Land, das wir wunderschön bereisen haben dürfen. Die Ukraine eben und ja, ich habe tatsächlich den ein oder anderen Kontakt auch noch rüber und es ist gerade, es ist gerade unfassbar schwierig, was dort alles passiert. Aber wie gesagt, uns bleibt nicht viel über, als zu helfen, wo wir helfen können und die Zuversicht und aber auch ein bisschen die gute Laune nicht zu verlieren. Und von daher auch hier heute vielleicht ein bisschen lockere Folge mal, kann ja vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle mal ein bisschen helfen. Und Christoph, jetzt erzähle ich nichts Neues mehr, außer, dass wir uns bedanken, dass ihr alle zugehört habt, auch heute wieder bei Welttournee, mal wieder ein Lagerfeuer. Ich weiß gar nicht, welche Nummer, Christoph, das werden wir morgen früh sehen, wenn du das hochgeladen hast. Und ja, bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr einen wunderschönen Samstag habt, genießt das schöne Wetter. Oder Christoph, toi, 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 zieh dich warm an, vielleicht mal hier schön so ein bisschen Nivea auftragen, das geht in die Kälte gut, der kalte Eiswinter in Barcelona, der ist tückisch. Die Fettcreme, genau, so ein bisschen Talg hier. Norwegischer Fischer, so. Wie war es denn hier mit dem Wal-Talg, glaube ich. Kerzen und Gesichter hat man da mitgemacht. Naja, und lasst die Wale leben an der Stelle, ganz, ganz wichtig. Und jetzt, bevor wir uns im Kopf und Kragen hier sabbeln, macht's gut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.